Der Berliner Modesalon als neue Veranstaltung, das könnte ich mir vorstellen, wird ein sehr wichtiger Termin werden, weil es einfach so in der Art gefehlt hat. Ich hatte ja hier im Grundfressen verlehne Präsentation, die eine Stunde lang ging, in einem, wie ich finde, sehr schönen Ambiente. Was ich toll finde, ist, dass es halt so ein echter Ort ist, also der auch für Berlin stehen kann, also auch dieser ganze spezielle Charme, den dieses Gebäude einfach hat, der auch diese Geschichte so ein bisschen atmet, die es hier in der Stadt einfach gibt, finde ich, hat auch so eine ganz schöne Symbiose gemacht mit der Kollektion. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, hier ist es einfach so ein schöner Kompromiss auch, wo man eben seine Mode präsentieren kann und auch geschäftliche Beziehungen pflegen kann und dann einfach hinterher sehen kann, wie man dann weiter mit den Leuten in Kontakt bleibt und ja.